Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ich entschuldige die Pause, die bis jetzt geherrscht hat. Das kommt dadurch, weil ich mir gedacht habe, dass bis zur nächsten Game-Episode von Life is Strange ist es noch eine relativ lange Zeit. Das ist kein Spiel, Chloe. Ich muss mich sehr vorsichtig, wie ich es benutze. Und, das haben wir letzte Woche schon gesehen. Also letzte Woche schon gesehen. Ja, ich hab... Oh, check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens, when we hook up again? Then, let's go to one of my secret layers and fully test you now. You need a psychic, don't you? Okay, girl. Show me the way to Chloe's game. Also, weiter geht's. I wonder what kind of crazy shit she has in mind now. Oh, speak. Okay, Supergirl. Let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and... Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Later, Mom. Bye, Joyce. The Kate Marsh has never done anything interesting. We have never done anything. Poster. Hey. Pumpkin Carving Contest. Nice. Wann ist die Freitag? Nee, Samstag. Samstag. Also Samstag ist zu spät. Dann ist ja schon eh alles down hier. Äh, what? Coming soon to change the way you live. Sehr schön. Und wer ist er jetzt? Keine Ahnung. Das ist ausgezeichnet, dass wir nicht wissen, wer er ist. Und ja, ich habe mich immer noch nicht darum gekümmert, dass das Licht hier ein bisschen weniger ist. In meinem Gesicht. In mein Gesicht. Und sie besäuft sich und wir kriegen nichts ab. Na toll. Wo ist unser Bier? Und ruf. Es suit's you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super-sized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Hustus, so super-sized smacks auch nicht. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now, go find us five bottles. Yeah, beer and guns. America, fuck yeah. Nice, nee. Also, jetzt AIDS wollte ich mir auch nicht holen. Anscheinend schießt wieder öfter geschossen. Wissen das denn Bierflaschen sein? Können das nicht immer Dosen sein oder so? Was ist denn dein Problem? Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Move, bitch. Get out the way. Get out the way. Way heavier than I thought. Ugh. Hä? What? Jesus. Das ist ja so ein bisschen fast schon wie so ein Point-and-Kick-RPG, wo ich hier die Rätsel lösen muss. Hello, bottle number one. Four more to go. Break time. Be break time. Be break time. Heft doch mal beim Suchen. Was soll das? Unverschämt. Kann ja nicht wahr sein. Creepy old doll angucken. Oh, poor thing. They left you here all alone. Tragisch. Man, Chloe, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie faul kann man sein. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Dup, 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 dup. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more. That kind of hurts. What? Make-up case. Anything. Ah. Sie hätte doch einfach... Sammle deine Flaschen doch an einem Platz, Chloe. Was ist da los? Boom. Only three bottles left. I want to die. I want to die. Jeez. Who wrote this? So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Was ist denn in this Vortex Club? Is it a club or is it a club or is it a club or is it a club in the sense of a disco? I'm confused. Chloe, was willst du denn? Hä? What? Ich hab doch... Hab ich das vorher nicht gelesen? Hm, okay. Going Ape? Ähm... Ja, ist alles nicht so interessant. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt vorlesen. Die sind sowieso relativ... Sinnlos, diese ganzen Nachrichten. Oh. Oh, Hilfe. Gott, hab ich mir so gerade erschreckt. Okay, den folge ich mal. Der führt mich vielleicht zu einer nächsten Flasche. Sieht aber nicht so real aus. Let me guess. Auf dem Foto ist... Ja. Ist keiner drauf. Das hab ich mir fast gedacht. Weg ab... Was? Das ist ja unfair. Ey. Ach, meine Güte. Cheater. Wo soll ich denn jetzt noch zwei Bottles herbekommen? Hätte gerne sowas wie bei Bioshock N. Zeig mir, wo die nächste Bottle ist. Oh, da oben ist eine. Wenn man vom Teufel spricht. Kommt's natürlich nicht ran, ne? Meine Güte. Und die geht kaputt. Ah. Jesus. So. Ja. Noch weiter. Wie komm ich da ran? Stuhl. Stuhl. Okay, ich muss für zu schön erst die Bottle anbauen. Schau, was wir haben hier. Eine cute kleine Bottle für die Gelegenheit. Kraid. 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 Und jetzt kann ich die... Nice. Ich will nicht wissen, wie viele... One more Bottle. Die viele Aids dann in Flaschen ist. Meine Güte, so schnell kann keiner schreiben. I just want you to be careful. Too late, I guess. And sorry for bothering you this morning. Guess you were too busy to answer. I was about to have a serious breakdown and I needed somebody. Klaas Bell, have to go. Had she now a serious breakdown? Excuse me, if I... No, I don't want to go there. Oh, da sind vielleicht mehr Flaschen. Aber sie... Sieht sie doch... Ach, come on. Fläschchen. Hallo. Ich brauche eine Flasche. Ich bekomme keine Flasche. Wo finde ich eine Flasche? Hm. I don't want to go that way. Warum? Meine Güte. Max, get yourself together. Eat shit and live. Warte nur noch eine Flasche. Hätte ich gerne eigentlich in diesem Part noch gefunden. Hallo. Flasche, 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 Flasche. Das ist das allererste Mal in diesem Spiel, dass man so richtig... ...unnötig einfach irgendwelche Sachen suchen muss. Wie jetzt soll ich mich hier hinsetzen? Sprügt mir was? Seh ich jetzt hier eine Flasche vielleicht? Vielleicht dass bald ein Tornado kommt. Ich hab echt keine Ahnung. Hier ist auch keine Flasche. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwo noch diese fünfte Flasche sein. Ich verstehe das nicht. Nichts, nichts, nichts. Ah, ich hänge fest. Und ich hab mich verlaufen. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich gerade bin. Wo bin ich? Ah, Chloe. Chloe. Hilfe. Ah, Hilfe. Jesus. So, Chloe, ich kann nur vier Flaschen finden. Dann trinkt alle eine Flasche leer, dann haben wir fünf. Äh, ja. Ein Gott muss doth know these things. Amen. Und während du ein Empire bildest, ich bin da, um dich auf dem Weg von Badassness zu halten. Und Spaß. Spinn, rinz und wiederholen. Ich bin nur... ...altering Zeit und Raum. Oh ja, und Geschichte. Hm. Kein Problem. Du hast bereits die Geschichte geändert, indem du mein Leben schaffst. Mal sehen, was anderes du kannst. Oh, come on. Trink doch einfach den Flaschen leer. Ich verstehe hier. Oh, ich weiß nicht, da ist ein Bonfire Spot und die Leute partieren hier. Oh. Ich weiß, da ist ein Bonfire Spot, da sind die Menschen hier allgemein. Aber du willst ja nichts wohin gehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Bonfire Spot irgendwo hier ist. Also dann irgendwo hier hinten. aber hier willst du überall nicht hingehen das kann doch nicht sein wo ist denn dieses blöde lagerfeuer ding lagerfeuer wo bist du lagerfeuer ich suche ein lagerfeuer gut dass der waschbär immer zur gleichen zeit da wieder rausläuft hier ist kein lagerfeuer ist hier ein lagerfeuer irgendwo ein lagerfeuer hier möchte ich nicht hingehen auch immer lagerfeuer nein ich hab's doch verstanden ich hab nur keine ahnung wo der sein soll wird sie nirgendwo hingehen außer von diesem schrottplatz wo soll er denn bitte sein irgendwas in meinem journal nachgucken hier steht hier irgendwas von einem bonfire spot next no exit irgendwie hab ich das gefühl dass ich das heute nicht mehr finde aha ich weiß nicht wo ich noch suchen soll ich bin echt verwirrt ich komm hier nie irgendwo hin überall möchte ich nicht hingehen oder oder ich komm nicht vorbei und da möchte sie sich zuständig nicht hingehen ich will nicht da gehen ich will nicht da gehen ich will nicht da gehen wenn ich das mal einmal höre dann dann gibt's aber ein bonfire hechsenverbrennung gibt's denn da kann sich drauf gefasst machen ich weiß nicht wo dieses ding ist es macht mich fertig ja äh ich würde sagen ich suche offscreen diesen bonfire spot und wir sehen uns im nächsten Part Video wenn ich den dann gefunden habe weil es euch trotzdem gefallen hat bis jetzt bitte liken und subscriben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal ciao tschau tschau tschau